Und wie ihr den Titel schon entnehmen könnt, heißt es heute Let's Play First Time Creepy Zone. Und ich hab vorher mich mal ein bisschen über das Game informiert. Und zwar hat der Macher von diesem Game gesagt, dass er das Game innerhalb von drei Tagen fertiggestellt hat. Und das Game ist jetzt nicht so pompös aufgezogen. Das heißt, das Game hat keine Story oder ähnliches. Das ist einfach nur für ein kurzes Spaß zu haben, um sich mal ein bisschen zu erschrecken und so weiter. Und ich denke mal, dafür sind Free Indie Horror Games ja eigentlich auch perfekt. Und dann würde ich sagen, ohne groß die Worte zu verlieren, I report with my hand. Dann wollen wir mal schauen, was das Game taugt hier. Also ihr wisst ja mittlerweile bestimmt schon, Let's Play First Time. Das Konzept ist einfach, dass ich von dem Ganzen keinen Plan habe, so wie sonst auch. Ich spiele zum ersten Mal und weiß nicht, was wir zu tun haben. Und deswegen gibt es da zwei Möglichkeiten, die wir machen können. Entweder wir zocken das jetzt einfach oder wir befolgen die Macher Schemies Muschel, da sie ja alles weiß. So, genug gelabert. Moment. Dieses Sound-Effekte. Ich will nicht hinter mich gucken. Wow, 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 wow. Okay. Fucking... Gut, da ist keiner. Dieser Stuhl. Da kommt jetzt 100 pro irgendein Jumpscare. Sonst wäre der nicht so in der Mitte ausgegerichtet. Wow. Fuck. Wow. Gänse. Wow. Okay. Oh, du fein. Impress dich. Ich hab mich erschrocken. Oh, boah. Äh. Ah. Ohne Scheiße. Irgendwas stimmt gerade mit mir nicht. Ähm. Okay, hier ist irgendjemand umgefallen. Glaube ich. Äh. Wo ist das so? Bärstig, ey. Wo? Äh. Hm. Oh, Sound. Ah, ich hab wieder... Okay. Ja. Hm. AQ... Äh. Ja. Shit. Erfolg. Äh, ja. Mach. Junge. Zieh? Verdammt! Okay, mit E geht's nicht, mit Q auch nicht. Leertaste? Nöö. Enter geht auch nicht. Hm. Wir haben einen Fehler in der Matrix. Ich versuch mal alle Tasten gerade. Ah, mit F. Gut, warum nicht? Ah, fucking shit. Wow, wow, okay. Das war, glaube ich... Ah. Okay, das ist so ein bisschen wie Evil. Also, dass man jetzt hier so in verschiedene Stages kommt. War übrigens der Slender Sound, wollte ich sagen. Also, der Slender Sound... Ne, doch! Slender Sound File. Der wurde ja auch in The Rake benutzt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die Sound Files. Die Sound Files. Ja, dann. Okay, richtige Entscheidung. Holy shit. Oh, fuck! Bastard. Achso, wir können, glaube ich... Ups, auch rennen. Ja, mit Shift. Gut. Requires a key to open, okay. Den könnte man, glaube ich, vielleicht hier sogar finden. Pah, dann machen wir das einfach mal, ne? Liegt der da? Okay, ja, 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 ja. Alles cool. Fuck. Ich renne. Oh, shit! Oh, shit! Okay, okay, okay. Fuck you! Rrrr! 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 Sehr gut, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gere... äh, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Äh... Hier ist nichts gut. Immer der Nase nach. Wow! Okay. Ich glaube, da ist es wirklich keine gute... Rrrr! Heul nicht! Rrrr! Ja, der Soundfall, der passt auf jeden Fall. Rrrr! What the fucking shit?! W-wa? W-wa? What?! Ich reiz gerade nicht. Wie.. W-w Der Eröffnungsmechanismus hat was. Ich weiß nicht, warum? Warum mag ich keine dunklen Gänge? Kann mir das mal einer erklären? Ach, das kenne ich sogar noch von... Zeit in Santiago! Hä? Wait, what? Äh, ja? Ja, okay, das war merkwürdig gegen Ende. Ja, das war Let's Play First Time... Wie heißt Creepy Zone? Ähm, na gut, ich muss... Es ist halt die Sache, der Junge hat das Game in drei Tagen fertiggestellt, deswegen darf man ja jetzt keine Glanzleistung erwarten, aber ich muss sagen, was er in dem Fall in drei Tagen gemacht hat, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich hab mich nur übrigens verruppt, wozu load game? Ich weiß gar nicht mal, ob man im Game überhaupt safen kann, oder ob es überhaupt vonnöten ist, weil das Game ist so kurz. Aber ich muss sagen, die Skares waren gut gemacht, das Game war ziemlich stimmig, hat eine gute Atmosphäre gehabt und, ähm, war auch ein bisschen so eine Variation drin, also man muss nicht immer nur von A nach B laufen oder, ne? auch mal ein Item finden und so weiter. Ist auf jeden Fall gut gemacht, ist kurzweilig und kann ich eigentlich nur empfehlen für so, ähm, den kleinen Skafe zwischendurch, ist das Game auf jeden Fall nicht schlecht. So, das war's, Let's Play First Time Creepy Zone, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten, äh, Projektchen wieder. Und bis dann heißt es natürlich, langer, langer Zeit endlich mal wieder, DER! I only love all Asian ladies, Lil' Giant has Subken NUN! Oh yeah!